Willkommen zurück, seid gerüst zu neuen streamen, wo wir spielen heute wieder Prager World wo wir es jetzt mal aufgehört haben Okay, hier haben wir aufgehört, haben ein kleines Bart genommen Hups, kleines Bart Jetzt mal die Kanone stopfen Der Wohnungsknast hat zu viel Wirkung So nun, was ist denn heute Was steht heute an, was ist heute Ziel Haben wir ein Ei zum Ausbrüten Haben wir nicht Ein paar Sachen müssen nicht mehr gebaut werden Und die Map mal ein bisschen weiter gründet werden Bosse wird man mal ein bisschen machen Das am Rest mal besuchen Und hier mal ein bisschen Wasser aufbäumen, ich glaube das machen wir auch als erstes Das Team ist fit Dann kann es aufgehen Ob ich noch was gebaut werden muss Generator können wir noch nicht bauen Und das Fließband Aber da habe ich noch nicht freigeschaltet Hat auch Generator können wir bauen, aber da brauchen wir noch einen beteilbaren Elektrolyse Dann gehen wir mal vielleicht von unterwegs Auf gehts, wir sind stärker Und besser gerüstet Das ist ein Marmelanenboot Und das ist ein Marmelanenboot Das können wir doch jetzt bestimmt endlich mal besiegen Ja, gegen das Ruhrichs wird man mal schnell was tun Und Marmelanenboot futtern Oder zwei Dann sagen wir mal dem Marmelanenboot und angriffen doch einiges aus wir müssen ein bisschen Abstand nehmen aus welchen Paar es machen lassen da kann das was werden zum Glück habe ich einen Fernkampf erfunden, mit der ich schießen kann nein, komm ausweichen wenn mich das trifft, wird es wahrscheinlich trotz Rüstung immer noch fatal das war mein Schutzschuss das wäre doch jetzt eine Sache, wenn wir das schaffen würden jetzt weg hier das war doch ich noch spätere, noch stärker war Christopher bekommen nicht vielleicht dass wir ihn nicht kriegen das war das war das war das war das war Wir haben noch ein paar Schuss. Er hat auch noch ein paar HP. Kann sich nur noch um Stunden enden. Das Paar hält auch gut aus. Das ist noch nicht... ...Kurbelwann. Es wird sich ziehen, der Kampf. Soviel dazu. Next. Und nehmen wir einen Schuss. Das ist wahrscheinlich... Ich versuche es halt um den Zaun. Schwarzstärke von oben. Ein Viertel haben wir schon geschafft. Ups. Wupp, 40. Das ging jetzt auch noch. Mein Paar macht auch einiges an Schaden. Ausrechnen den Attacken. Von den Tanten. Ich müsste eigentlich 100 Schaden machen. Um das irgendwann zu fliegen. es wird und weist das weiter konstruiert werden hungrig ja jetzt ist nicht die zeit zum essen ich muss ein Land gewinnen Oh oh. Komm, das dritte Mal. Ups. Ich darf nicht nachlässig werden. Du konzentrier dich mal auf das Paar hier. Ja. Oh, weg hier. Weg 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 weg. Weg in die Seite. Weg 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 der gegen daneben 500 wenn ich keinen preis mehr habe wird es richtig schlimm jetzt können die preis noch irgendwie ein bisschen abhängen ja das darf nicht passiert ich muss hier wirklich nur aus dem schussradar kommen sehr schön er hat sich wieder auf mich fokussiert weg hier 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 weg so viele schilder habe ich gar nicht mehr gefässt ist auch nicht gerade günstig oh oh ähm die letzte paar sind losgegner komm zu dicht am ziel das ist doch auch nicht klappen in der letzten phase wir müssen gleich runter auf 1000 und äh ich darf doch jetzt nicht kurz vor kurzem scheitern fokussier dich auf der spal 934 das schaffen wir noch wir haben besiegt da fangen wir jetzt nicht dran jetzt war echt nice ich glaube ich habe auch keine andere als jetzt lässt sich wahrscheinlich sowieso nicht fangen oh no wir zwei keinen gesunden preis mehr für irgendeine unsicherheit kommen nicht ins wasser 400 zungen ohne scheiße so kurz kurz kommt es hier na komm na komm ausweichen ich schaff das noch mit 6 Schuss ne mit 6 Schuss das schaff das nicht mehr pfff banscht mich jetzt noch zu Tode bevor das und das wäre so schade oh nein das hätte nicht passieren dürfen ausweichen ausweichen 300 Schaden 300 Schaden das darf nicht passieren ein paar gute Schüsse ins Gesicht verdammt man so close ausweichen 230 oh nein kein Schuss mehr pfff fiktion und in nahe kampf gehen was so ist im letzten HP noch down 200 sind eigentlich schaffbar mit meiner Rüstung die ich habe das ist praktisch Selbstmord hier aber was solls oh ich habe keine Ausdauer mehr das ist unpraktisch und gefesselt aber klar dass das abwehrt komm dir das darf doch nicht verlieren ja na komm man warum haust du denn jetzt ab Angst zu verlieren oder was 112 211 210 ich mache es nicht nüllen Schaden um hier irgendwas zu schaffen das wird nix das wird nix zu wenig HP so knapp so knapp man auch nur einen Schaden wie kann denn das sein wie kann denn das sein 102 aber die ist nicht mehr schaffen und 80 so close ok den kann ich nicht fangen ok den kann ich nicht fangen at least retrile 60 100 164 164 160 knapp die hätten wir fast so schade so schade ist nur umgeschädigt wie nah sind wir an ihnen dran können wir es noch schaffen bevor er sich regeneriert so noch so mit kleinen hoffen ist ja hier irgendwo ist jetzt aber wahrscheinlich wieder bis wir da sind ist er wieder auf 4000 hoch so ist das spiel hier das haben wir ordentlich verkackt waren zu close so ein beinahe sieg so ein beinahe sieg so ein beinahe sieg na wo bist du ist doch irgendwo aufgehalten steht noch was lebendig auf der karte da oben ist er wieder auf 4000 wahrscheinlich aber sowas von ist der boss hier oder ist der boss da drüben ist der boss ja ist wieder so schade ich komme später nochmal wieder in der nächstbesten waffe bei denen wir den nochmal bestämtlich dafür schaffen wir heute noch andere Bosse in der hüllen so dicht dran das war echt genial einmal hüllen bitte Rüstung reparieren, oh, drei Metallbäume brücheln wir, muss der Metallbäume gehen. müssen wir sowieso wahrscheinlich für alles müssen die Bosse besiegen, damit wir den Erzboden nicht frech halten, da kann ich mir in die Wildnis gehen, die Erzboden haben müssen dann wird da ein bisschen mehr wenn das die Preis dann fürs Zutun, dann haben wir vorbeikommen, alles gesucht, bis wir wieder das nächste Material wollen. Das war's für heute. Das war's für heute. und verstärkt so viel rum ne, wird nicht mal produziert steht schon bereit hier schießpulver, kriegen wir das hier über menschen überfallen die brauchen wir noch ein bisschen aber eigentlich kann ich auch ich kann auch rausgehen und brauchen schon wirklich alles so schild kann ich auch nicht herstellen ja gut dann im modi tut sich mal mit seiner Arbeit, ja da kann ich nichts tun ich habe es im letzten stream versucht ihn hier einzusperren und den zu in der pause zu zwingen der will das absolut nicht füch, kohle und schwefel bauen wir keine ahme, wo wir schwefel fielen jetzt aber hier mal wieder weiter abrunden gehen außer können wir gerade keine machen aber ein bisschen ganz gerade aufdecken frauen her laufende Wanderer erschießen waren wir hier eigentlich schon unterwegs nicht glücklich mit bambus zum fällen voll für ein ärger shit machen ärger ach ich habe keine dimension mehr das ist scheiße ähm man muss es so anhalten die unvorbereiteten die Wildnis muss auf alte modische Variante kämpfen shit na komm geh rein ich muss mir mal die zonen herstellen ich muss mir mal die zonen herstellen sehr gut mir rufe mit SWE ich habe denen noch eine boss area den haben wir schon besiegt, wie kann das sein, der große Baum, das ist ein bisschen einstinkt, der große Baum dort, der wird ihn uns lehren, nein, der Speer macht auch ein bisschen Schaden, es ist nicht so, dass ich wehrlos bin, wenn wir es wie, die haben jetzt so noch ein neues, ein gültig bessere Fluggeschwindigkeit, auf Axt haben wir auch komplett verzichtet, weil wir jetzt ja schon ein Lager bauen, so close, es ist so ein Titel, das ergibt sich hier gerade wohl so als Titel des Streams heute, ne, so nah und doch so fern, ah, shit, ich habe den Stein aufgehoben, da habe ich mal, bei Box Management, nein, das ist gegabt, die Kisten, den ablegen, das Fleisch, nicht hungrig werden, ich hätte sie gern mal, die werden auf den Urbslager gepackt, die sind gleich fertig, jetzt gewinnt, hier einsatzbereits, da ist das Team wieder dabei, wir haben noch so einen Beeren-Samen, immer die Hälfte, wir haben hier das Kochen, Momenadenbeklubst, warte, ich habe mal einen Okay, nochmal hier noch ein Eisen, ein Metall, das ist so geil, was kannst du essen zubereiten, nochmal da ran ein Brötchen, das ist absolut kein Brötchen, dann mach mal hier, so dass man liebt, der eine Röhre Saint bei sich in Röchen Ich werde die Porn haben, ich kann schütteln. noch etwas haben während sammeln uns auch im grund gilt wir müssen hier rausnehmen Ich bin sehr, 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 sehr. Ich glaube das muss rechnen erstmal, probieren kann man coolen, geht doch ein bisschen schneller. So, wieder eine Satz, vielleicht vielleicht mal ein paar wäden Personen, äh was ist jetzt? So, ja ne, muss das mal, das Fußball machen. Hier wird auch noch abgelegt. So, im Grund. Im Grund habt ihr nicht hier dabei. Und jetzt sind wir nicht gebrochen. Danke, man nimmt sie auch nicht. Das tun wir jetzt so. So, das haben wir noch Pfeilen gucken. Vor der Pfeile könnten wir noch ein paar schießen. Okay, muss wieder. Okay. Drehschussbogen. Das muss ich mal herstellen. Tja. Tja. Drehschussbogen. 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 Hier bist man in dem Punkt hinzu. Das ist recht zum Taschen blockieren. Drehschussbogen, ende, den Daten. zukommen das kannst du an das ist nicht so wichtig mit halbemort ein bisschen was rausgeschmissen wir haben wahrscheinlich keine Chance gegen ihn nicht mehr, na doch, haben wir und wie ein Paar-Trainer wir haben jetzt gelockt, so ein Scheiß ich komme eben, Kopf hin das haben wir auch noch nicht da ist ein Paar von hier ich mache die Toad ich stehe nicht auf dem Fels die wird mal wieder zum nahe zurück und gestemmt dazu oben größer als die Taschen ich werde gleich mal eine Pistole herstellen mit der Pistole und Munition für die Kühlgrußknarre besorgen die Federer werden sich schnell finden lassen drehen sich überall rum wenn ich mache, machen wir überhaupt nicht, das ist kein Dorf das dürfen wir auch schon schaffen und was wir am Rest schon fast kriegen oh, hier ist hier ein Kao ruhig aus am besten im Wasser die können wir nicht dazu zwingen, mich zu aufholen in der Bohnen wird auch mal eine Anpfung da sind wir wieder viel leichter noch 15 die haben wir gerade auf dem ja, 16 haben wir gerade hier hingelegt drühe gelegt würde ich sagen dass einer starten ging, waren wir heute noch gar nicht dann wird hier ein Baum gefilzt das wird sich krall aus was du erst machen damit verrichtet mega schütz wenn ich diese mann woher hätten bei den generatoren platzen hier erst ein bisschen mal ein bisschen Maradenbrot gucken in der Pfanne ich werde nicht helfen 320 Schuss aber mit zwei Pfeffer die Munition alle wird mit der Interhakenpistole bin ich auch ehrlich bringt nichts weil ich mal versuchte mal es wird damit Interhaken kann man nicht kommt hier noch das ist ja super das ist ja super bewässert die Beeren weiter produziert werden jetzt ist er aufgehört kurz vor kurz vor dem Ende ja das nenne ich ich werde zu nicht mal neun reingestellt zwei noch Überfall gerade wo ich keine Knarre habe die Pfeffer können sich gut selbstvorteiligen da gibt es gleich schon eine Munition da gibt es gleich schon eine Munition da gibt es nur von wo kommen sie sterb ich dunkel Das kann man nennen. und zunächst mega den schutz weiter ein bisschen Geld wurde gegruppt, Teil sehen, ah, minderwertig Munition, ein bisschen was, dicker war, oh, Gigasphären, kannst du nicht mehr gekünsten, kann man jetzt kommen, kann ich verrichtet werden, hm, so clean job, hab ich gar nicht so gut, ging jetzt von, sag mal, ich bin hier gerade, mach mal hier mit, nicht, hier gibt es nichts zu tun, du kannst doch am Tischen arbeiten, ich bin schon zu zweit, geht es gleich viel schneller, ich hab noch ein paar Alzehen bekommen, ein bisschen zu ökinen Ich kann doch nicht mehr Na dann hier. Es dürfte doch jetzt ein bisschen schneller gehen. Na du nicht. Weg hier. Du wirst transkogelobt. Schwer verletzt. Ich bin doch hier irgendwo mit Medizin. Start können wir jetzt hin. Nächsten Stütze. Hier würde ich gerade nicht... Versteht das nur. Wir müssen was füttern oder was? Ich bin doch leicht verletzt. Ich bin doch jetzt großer... In die Zunge gegeben. Keine Beeren mehr hier. Wenn das Feld nicht bewässert wird... Wie hungern die hier noch? Du bist verantwortlich dafür das zu bewässern. Kann für sie Panik verdichtet werden? Sehr krank. Dann kann der nicht mehr... Wässern. Wir müssen mal gucken. Hier. Wird ausgetauscht. Dann muss ich dringend um das Beet kümmern. Wässern. Wässern. Heute... Oh ja... Die Fälligste Packen. Wässer kann wegpacken... Keine, die Fälligste Packen. Wässer kann wegpacken. Was tun wir jetzt? Den brauchen wir gleich, ich trinke gerne den Zyndl weg. Ich bin noch mal fertig hier. So, ne überkommen. Das Eltt hier hat vielleicht schon viel gebracht. Und Ticos, auch nett. Dann machen wir noch einen Schuss. Was brauche ich denn für eine nächste kurze Nackenpuffer? Er freuert mich wieder an, oder was? Wer macht das? Wer macht das? Was macht das? Im Zoo kenne ich immer noch nichts. Mit Zelspeer, aber den haben wir schon. Knüppel hier. Wie können wir den herstellen? Hier, 20 Metallwaren und 20 Elektroplöse. Müssen wir noch mal gucken. Da ist ja gar nichts drin. Tun rein, was ich kann. Hier müsste man wirklich... Hier müsste man wirklich... ...und die Nackenpuffer rein. ...und die Nackenpuffer rein. Hier wird ja levelt, aber... ...wird zumindest mal hier gearbeitet. Holz ist jetzt nicht so wichtig. Das macht auch der schlimm. Kann für diese Bremsbrille. Das ist zu dick. Wer kann denn das überhaupt? Ich kann die... Ich kann die pflanzen... Das geht grasen. Ich kann hier keiner anbauen. Achso, Bewässerung. Wir haben doch jemand zur Bewässerung abgestellt, oder nicht? Ich kann es verbessern. Macht. Die Nahrungsmittel... Schaffung ist ja wirklich das Wichtigste hier. Kann man noch einen zweiten von den Westen anbauen. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Demand bewässern. Nee, das sollst du nicht machen. Nee, das soll nicht machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht mal weitermachen hier. Es wächst jetzt, aber okay, das wird. Da muss weitergemacht werden. Es nutzt sich ab und zu darum, dass wir hier noch alle Bären da sind. Früher hatten wir Jahrhunderte. Probieren. Zwischwert mal. Wir müssen in die Zone Farmen gehen. Wo sind die Bilder? Ich gehe mal wieder in die Richtung. Mal schauen, wie gut die Gnarrierung funktioniert. Schrotzteilen zusammengebracht, stimmt in der Beschreibung. Bin ich mal gespannt. Wir können in die Richtung sind wir noch nicht. Ob klar. Ob zwar, wie gut die Gnarrierung ist. Aber nicht mehr, die den Körper auszuladen. Aber nicht mehr. Ich bin so sehr sicher, ich bin so sehr cool. Aber nicht mehr, weil wir hier sind nicht mehr, oder? Ja, ich habe entspricht nicht mehr. ein hoher berg und aus dem haben wir es geschafft da ist auch hier hoch genug gelangt dann die richtung so weiter vor uns Schreit ihm Einfach über die Berge durchgetreten Ja komm Ich fange rein zu Oh shit Rein mit dir Oh wir machen mit dir See einbilderung Munition Nice Du musst zum Glück nicht so lange nachfahren Leckersturm munition Macht aber dann auch dafür wenige Schaden Oh das können wir fangen Oh ich muss zum Glück nicht so lange nachfahren We're just couldn't leave it out there. die arbeitstempo muss man ein bisschen die sachen schon die kraft kriegen er hat sich alles weg den schnellreisebund hier aufbauen können Kann ich leider nicht mitnehmen. So ist mein Inventar nicht. Ist abgeschneidend dann. Oder so. Oh shit. Tolle Trüse gibt es dafür. Lecktrüse bricht mir eigentlich. Mein Burscht. Geht sehr weit runter. Jetzt aber auch der nächste. Nächster Punkt. Ah, da unten ist der Schnellreisepunkt. Mit kleinen Schritten ins Ziel. So. Jetzt müssen wir eine Tod stürzen. Eine Stratur. Mh mh. Mh mh. Megasphäre. Kälteres Renterellrüstung. booksipp. Oh, ein Kerwilderer hier. Nice. Oh shit. Manitzen. Dann wieder Manitzen für die... ... falls die Pistolenmütze noch ausgeht. Die große Wimmer. Hier sind wir jetzt. Schnee-Reise-Punkt. Jetzt auch einiges anbeteilen. Hier ist ein Lager von den... ... von den Pistolenmütze. Die Maschinen von überall hinfliegen. Oh, das ist gut. Die Maschinen-Punkt. Wird frei. Jetzt können wir zum Gefallen kommen. Ach! Achievement! 55 verschiedene Piles. Das sind natürlich unbezahlte Partiklar. Ganz klar, Wahl. Was? Das gibt es ja absolut nicht. Wieso lässt sich das nicht fangen? Ich stirbe jetzt. Kleine Pile ziehen. Oh, das ist echt nicht alles, oder? Oh, das ist ein großes. Was ist das? Eine Motion mehr. Jetzt habe ich hierfür keine Motion für die Muskete. Wunderwertige Motion. Das ist nicht kritisch. Das ist nicht kritisch. Das Drone-Nunzoon habe ich hier noch. Ich will mich ausrüsten. In die Mitte ist das nicht kritisch. Ich bin ein bisschen kritisch aufgewogen. Anwalt nicht? Ich bin ein bisschen ein bisschen belastet. Ich bin ein bisschen leer. Also es ist hier ein bisschen kosten. Ich bin eine kleine Menge. Ich bin ein bisschen 가족 und ein bisschen gefährdet. Aber ich bin ein bisschen Lithens. Da bin es kein stuffer. Und wenn es mit dem Motivor ist. Ich bin ein bisschen毒 zu entfernen. Die haben durch die Wilderer getötet und dadurch Kondition bekommen. Tja, wohl nicht. Schämen wir nicht. Ich könnte mal wieder zurückgehen und da noch ein bisschen... So braucht die Liga auch hinten, aber hier ist auch noch ein bisschen was. Hier ist auch noch ein Paskettwitz. Ich müsste nur noch mal in die Richtung hier, glaube ich. Dann noch ein bisschen die schwarzen Stellen obdecken. Trüben sich rauf können. Oh, ne Giga-Sweber. Ist das der Boss hier? Was ist das? Was ist das? So, geht's. Vielleicht noch erledigt. Eins zu fangen wäre echt nice. Aber... ...machbar nix. Ach komm. Ja! Über zwei haben wir wohl schon eins. Das ist dann der Boss da drüben. Ist auf jeden Fall ne Startrohr. nicht ran will. 1145. Oh Gott. Und Pistolen, Munizium vergisst es mal lieber. Ich gucke später noch mal vorbei oder so. Ich gehe mal zu dem Pfeuerrücken. Ich gehe mal zu dem Pfeuerrücken. Ist noch ein Ei. Nein. Ich gehe mal. Nein. Ich gehe mal aux T-Räber. Ich gehe mal auf! Ich gehe mal jemanden! Ah, okay, die geht für beide, interessant. Oh, hier sind wir da, wir werden 20 wieder mit Flammen werfen. Gefährlich. Fühlt sich warm doch schon mal. Ich habe gerade einmal hin und keine Motionen mehr. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Was mache ich? Ich wollte hier mal mit einem Sperre eingehen. Es ist ein bisschen was zu versuchen. In Level 20 bin ich hier komplett. Ah, verdammt. Ich gehe hier den Flammen werfen und den besiege. Das tue ich aber nicht. Das dachte ich mir. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Geschwür erschöpft. Was zum Fick. Ähm. Ich muss mal die Piles ausruhen lassen auf der Box. Ich habe hier noch ein anderes. Ein Kilo W1. Wird sich nie ausruhen. Ich habe hier noch nicht ausruhen. Auch ein bisschen wechseln. Na dann. Ich gehe gerade ein bisschen buggy. Ich fülle meinen Schaafen hier hin. Na dann. Ich würde mal sagen, das ist ein guter Moment, um eine kurze Teampose zu machen. Ja. Ähm. Kurze Toilette-Pose, kurz Kaffee-Pose, kurze Abendessen-Pose, kurze Schnitte machen und so. Bleibt dran, wird auch spannend hier. Bis gleich. So. Einen Antik-Technologien kann man noch, müssen irgendwo einen Gegner finden. So, hier können wir noch mit einem Feuerfeuer am Brust, können wir irgendwas freischalten, was... das Fließband können wir noch nicht freischalten oder... Was kommt hier? Ah, das Preisvieren-Vlies-Hand... Fließband, ich glaube das brauchen wir. Und einen Klo können wir jetzt freischalten. Das heißt, wie ein Fließband. So, wir sollten das machen, sobald wir die Materialien haben, das herstellen. Kräte-Resistente Metallrüstung, die holten wir auch nochmal dazu. Deckenlampe. Ah, Terrasphäre wäre mal so geil gewesen, aber das kostet jetzt so viel. WC, das ist ganz wichtig. Ähm... Jetzt können wir nochmal eine Deckenlampe. können wir es mal ein bisschen heller machen mit dem Musikzimmer-Set. Teilbarer dafür. Zwei Metallbrennen brauchen wir dafür. Das ist witzig. Okay, spielt sich auf die End. Schade. Und war ein Erz am Boden. Wieso ist es schon in der Abend? Ich habe doch gerade eben erst... Ich habe wahrscheinlich wegen der Pause, während der Pause haben wir durchgemacht. Loppy tut sich schwer. So, ich bin hungrig, habe ich irgendwas zum Essen mit. Ich nehme ein bisschen Brot. So viel war das jetzt nicht. Außerhalb des Lagers. Fangen können wir aber nicht, oder? Irgendwann abbrechen. Verdammt. Ja, fangen dürfen wir nicht. Oh, es geht. Der Trun. Der Trun. Nice. Dorfbrunner gefangen. Ich habe hier mehr als der Schuppe im Lager. Ich habe hier mehr als der Schuppe in der Umlage. Ich habe hier mehr als der Schuppe im Lager. Das ist auch nur Handwerk. Ich kann mal gleich mal gucken. Ja, komm. immer wieder runter stürzen jetzt bären mit malen sammeln mit dem stoff mixen zwei bären gesammelt sie kommen was und sie müssen wahrscheinlich noch weniger das schade finden dass man mit dem level seine das lager nicht vergrößert aber die macht überstunden dem ist auch nicht zu helfen so Schlafen. Schlafen auch noch ein Pinn. Ah. das machen wir die passiv wenn er kann es ja noch weiter arbeiten das ist ja das ist kein ding das ist das hat ja nur einen schlechten tag das ist ja das gar nicht das was die gesellschaft dann sagt sollte meine frische luft gehen bis dahin ist ein sozialkontakt mal ein bisschen gemüse essen jetzt zu eins die sachen die man jetzt depressiv an der gesellschaft so kriegt das würde ich jetzt damals bauen neue waffe kann ich gar nicht tun das baum klo wollte ich aufbauen musikzimmer jetzt sowas von maximalen weg stehen und was sowas von deko ich hoffe sie können wenigstens spielen und 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 natürlich nicht spielen ein bisschen drauf jetzt sitzt er vor wie er auf dem klo sitzt piano spielen was passend hin der stuhl da vorsitzt passt ich wusste nicht dass das auch stein war stufe baum schaden platz hier in den ausgang plättenpapierhalter jetzt richtig aufgerollt wir können es nicht mehr setzen hier kommen wir uns stoff klavier brauchen wir nicht mehr werden flügel stoff 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 ein davon richtig schnell in Das ist ein paar Specken. Sehr schön. dass du sieben passt und schmuck in minden und schrank recht mal nägel für bei stell kommode ok eins kann noch hergestellt werden bei stell tüschchen Sehr schön. Gucken wir das Haus gleich durch das Bade zum Verlassen. Lässt sich doch geschnitten machen. Gucken wir mal. mal gucken dann auch noch an der arbeit und dann bin ich mal das ist ausgetauscht damit es nicht in sie doch mit haus ist ja schlechter trainiert das ist besser wenn die patrouille läuft als der wilde und die palbein verfindet motion schranken das bett du bist doch hier richtig heimlich ich kann sachen reinpacken die kleider reinlegen die rüstung das ist abgelegt und man das kann ich wahrscheinlich für alle tun nicht mal früher gewusst zwischen spät Nichts zu essen, hier So, wir haben hier noch welche Ich werde dann weiterhin gelwässert Ah, hier Der wird gerade ausgesät Rechte gerade auch nur für mich gerade so Ein bisschen Zeug Irgendein Grund wird hier drüben was hingelegt Wahrscheinlich was da nicht mehr reinpasst Tatsächlich können wir das sortieren können die ganze Zeit Dann können es da bitte nur Sachen reinkommen Die Essen sind Tja Jetzt haben wir halt ein unsortiertes Kistensystem Zu Kralsene, damit können wir Ich kann es verstärken Sehr schön was würde ich hier gerade machen noch einen von der sodass noch ein floppy lässt man austauschen bücher schnitten erst mal ein bisschen dekorieren hier lass uns die Kleidung ruhig mitnehmen sagt nicht wir haben den Zugang zu Büchern ja da können wir was auch reinlegen Wandregal sehr viele andere Plätze auch jetzt hier oben ok dann der Pals was ablegen kann müssen wir nicht mal die Barren hier für uns aufspauen oh das Metall waren oh je müssen wir erstmal die Metall die Erzfabrik besuchen auf jeden Fall mache ich hier schon mal die Kleidung raus hier ist das alte Kleidung die Aufbau war privat und nicht nicht weg die Sammlung aufnehmen das Geld können wir auch mal mitnehmen irgendeine Kommode verstauen macht das fast wieder ein bisschen Sinn wir müssten mal einfach kleinen Blank die wir nur mal ein bisschen handeln wir müssen inzwischen alles leisten nicht das zu sehen was soll hier können wir die Münzenanzeig machen ich wollte eh mal das kleine Dorf ausräumen ich hab da jetzt 12.875 gold das ist ein bisschen was besten wie viel und was hier ein paar wird wert ist bestimmt einiges vor den händler kaufen wahrscheinlich aber ja nicht da kommt das bei uns hin das muss jung der kleider und rüstung das brüchen dafür acht stoff 40 metall waren das nur noch hin So, ich geh wieder am Ernst ernten. Wird mir noch ein Boss, um jetzt endlich dann die Motelfarm zu bekommen. So, ich geh wieder an. Ah! das ist so eine rüstung ich komme auch ich denke da müssen wir noch ein zweimal herren aber da war feuerresidente rüstung das wäre beim flammenwerfertyp eigentlich gut gewesen hat aber nicht geholfen kälteres denn das deutlich nützlicher abend gewohnt hier steht so dermaßen weg und das muss wenn ich jemanden decken ich habe schon ein klo aber wir haben noch kein elektrisches licht macht sein ich sehe hier 44 haben wir ich hole mal mehr ja jetzt obwohl wir noch ein bisschen warten wir können erst mal die Bospisilien gehen wir werden die geeignet 23 haben wir geeignet 30 versuchen wir es mal mit dem hier dann haben wir hier eine Gegend bis auf nur Rest bis auf nur Rest er besiegt 6 Minuten zu damit komme ich nicht gegen die über 30 Minuten an das geht nicht mit um ich bin bekloppt um da mal nach zu gucken er wird jetzt einem anderen Händler geben dass wir das Angebot haben dass wir das Angebot haben das 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 Wir müssen mal die Zone holen können. Dann wäre erstmal der Boss hier. Das wäre schon ein guter Fortschritt, wenn wir weiter die Erzfabrik mit ihm kriegen würden. Wir hätten wieder eine Säuge weniger. Da geradeaus... Oha... Königlich, wie es ausschaut. Ich bin gespannt. Das war mein Schuss. Verdun. Das kassiert 4. Die Schuss haben auch nicht was gemacht. Ich bin gespannt. Wie ein Packer. Wenn wir gut sind, können wir es noch fangen. Natürlich hat sich die Verstärkung geholt. Ich bin gespannt. Das kassiert heute für ein Packer aus. Das ist ganz kurz wie so bei dem den 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 können 90% Chance Na komm Versuch es weiter hin Oh Mann Na komm Nice Einfach mal ein Klingpacker schafft Jetzt haben wir den Technologiepunkt Schauen wir mal ob wir das ins Team mit aufnehmen können Am Ende haben wir nur Bosse im Team Das ist ja auch wieder das Team So generell es ein Klinge So generell es ein Klinge Distinguer So 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 mit verstehe ich sogar darauf hin und auch mal mit am rest und umschlagbar ja wirst du mit der mitteilbar für technik 15 Betalbauen, wir haben 5 Betalbauen, gucken wir mal irgendwo her. Dann machen wir das als erstes. Haben wir da ausgesucht. Zu viel brauchen wir gerade nichts. Wir brauchen nicht. Nur an Witz was ich stecken kann. Waffenbruch. Ich kann hier fast noch hin. Ich habe es noch nicht mehr. Ich habe es noch nicht mehr. und schon so viel geht bis nichts machen kurz mal wieder sehr krank so waffenbuch ich würde mal nicht mehr Wofür haben wir gerade 20 Metallwaren verschenkt? Ich hätte doch noch welche in den Inventar, oder nicht? Ich hätte wahrscheinlich schon kurz ausgedrückt, wie ich bin blöd. Ja bitte, hier, das soll ich sonst Metall bauen, das machen wir nicht. Eng Medizin. Das können wir verkraften. Eins doch. Steine haben wir richtig gut. Wenn man auch nach unabführlichem Stein bearbeitet, kann man auch gerne unabführlichem Metall bearbeiten. Jetzt passt das hier noch irgendwo hin. Da wäre noch kurz. Man muss doch unten da stehen. Irgendwo hier würde es hinpassen. Das ist ein bisschen. Thank you. das hätte ich sehen lassen dass mit dem stein verschwindet die tromf nicht mehr als 10, 9, 8 So, wen können wir da jetzt hinschicken? Das ist doch bestimmt auch, wer gibt es nicht, dass man da hier mal eine Box holt, damit wir von denen erbauen können. Molyton 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 Dopus Molyton Molyton ich muss mal tauschen... ...waut glaube ich eh eine Ruhe... ...nein mehr Erze bauen, bitte... So muss das... Da kann einer hier dran arbeiten. Wenn wir mit dem Team hier arbeiten können. Der Drache kann nicht. Der Drache wird hoch geben. 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 bisschen ab morgen gehen das nimmt mir das lande noch nicht ab das naturschutzgebiet ist doch irgendwo weit hinten ist aber nicht erreichen können und ein bisschen was erkundet haben wir hier mit kann man die richtung weiter gehen hier mal den blick weiter gucken ich treffe man dann überhaupt dieses naturschutzgebiet so genannte machte ich zum eisgotteln beziehung den boss und tun die gab es zum eisglied wenn man welchen die Das war's für heute. 15 Tonnen haben wir noch weit entfernt. Ich hoffe, dass hier irgendwas passiert, aber wäre es unnützlich hingestellt oder... ...ich weiß auch nicht. Kann ich doch so auch dahintragen und das zuweisen. Nee, gibt's nichts. Jetzt wirst du... Jetzt kriegen wir wieder Papi oder was. Oh, das macht jetzt auch nicht mit. Sehr gut. Schwarz und Kleckbier fertig machen. Kann man beim nächsten Mal hier in der Richtung... ...Retterdün. Müssen wir hier bleiben. In Ernst. Langfristig läuft gut. Du bist beim Stein. Und das war dann irgendwann... ...wenn wir auf dem Abenteuer waren. Auf eine Scheine holen. Und dann... ...und dann... ...dreisee Lücken machen. ...dreisee Lücken machen. ...dreisee Lücken machen. Oh... ...dreisee Lücken machen... ...dreisee Lücken machen... ...dreisee Lücken machen. ...dreisee Lücken machen. Kann gar nicht bekommen. Und dann haben wir einen EOS Kluge. Wasn't that on top of the top of my head. And I guess that's not for much. Mordi Mordi noch was müssen ein paar schlucken ein paar bosse besiegen wie oft noch was passiert ist was passiert Ich werde das erste Mal auf Cera filmen. wie es so aussieht hätte das unter rüstung und schützend und schnitt mit wollen sieben und schützend ja sowieso verschwindet in den zun wir haben wir davon schon ein tanzi noch und dann haben wir die 10 die eine Reihe voll. Trüben ist eins. Die Spitze hat überfloggt. Ich kann aber nicht tanzen, die Reihe voll. Sehr schön, dies mag immer so rupfen. Jetzt haben wir doch schon Drapers am Team haben, das ist auch nur ein und ich sehe es schon. Ich finde es herzigen. Ja, sobald die das Materialien ist, dann ist es jetzt. Dann brauche ich auch noch eine Länge. Nächste Rüstung würde ich heute noch ein Volk. Ein bisschen Beben ist auch gut. Ab und zu sind die sicher. Das wäre ganz schön, die Arbeit zu machen. Jetzt wissen wir, dass der nicht hochkommt. Aber hier vielleicht. Ich glaube, das ist gut. das heißt ich mir doch sehr bald schluss machen schluss 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 das ist Ich mache ja dann zwischendurch links. 6L steht mir immer noch hin, das zählt aber glaube ich leider nicht als Post-Rotschritt, die Post-Punkte kriegt aber ich nicht misst. Wir haben was bald zusammen. Wenn es eine Metallrüstung gibt, kann man da viel Metall fliegen. Wenn es eine Metallrüstung gibt, kann man da viel Metall fliegen. Oh, das ist erst fertig, schon länger. Aham. Okay, das sieht gut aus. Vielleicht mal weitermachen. Nein, ich brauche die losen. 31. Okay, das haben wir gleich. Dann dauert das hier wieder noch eine Beweglichkeit, bis die fertig ist. Jetzt hinweg mal können, weil ich konnte verknicken. Ich brauche das hier. werden ins wetter wetten 5 noch den streckern hat sich verdient du bist satt ich habe dich gefüttert also ich habe dich gefüttert So, ich habe jetzt noch ein paar Teile, die ich habe. Und hier geht der Residenz im Talbestand, auf geht's. Ja, hier geht's. Und der Farbwechsel durch Sneak. Das ist ein wenig am Hecht von Cd. Und der Farb ist ein wenig zu sehen. Ja, ich bin auf einer Farbwechsel. Ich habe nicht mehr die Farb久stunde verliegt. ich muss mir etwas verbotenes geben ein bisschen austauschen mit zwei arbeiteten die nacht nicht in der rüstung zu stellen ich glaube das preis wieso nacht aktiv sehr schön Naturstoff des Blöden. 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 Ich muss das Metalllager nochmal umstellen, ich komme da nicht hin, ich finde das einfach nicht. Ich untersuch es vermutlich. Stichst du denn für? Ich verstehe immer. Ich verstehe immer hier hin, ich komme da nicht. Jetzt passiert da nochmal was. Ich verstehe immer noch was. Wo muss ich jetzt mal ausziehen, ob das für eine Krägerung ist. Ich muss hier wieder ein bisschen länger gesteckt werden. Dann erst nehmen wir die Beete bei sich. Schöpft ist sauber, macht gleich wieder weiter. Dann machen wir ein bisschen stich. Dann machen wir die Beete. 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 Ich bin der Köln, aber ich bin der Köln, aber ich bin der Köln. nichts neues Na dann. Ich bin über den Smokern wieder. so gut, na dann. Ich würde sagen, ich kriege euch noch ein Erntekart, dann über jeden Fall noch ein bisschen. Wir sehen uns ja auch schon morgen wieder, das wir heute mal ein bisschen früh fluss machen. Morgen werden wir wieder den ganzen Abend in Borderlands 3 sitzen. Ich möchte morgen die gemeinsamen Borderlands spielen. Ja, schicke ich noch über zu einem Wait, könnte noch ein bisschen weiter gucken. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis gleich in Erntekart. Ja, danke. Ja, danke.